Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video und damit auch zum letzten Shop Video das es hier erstmal gibt denn ich bin von einem Morgen bis zum nächsten Sonntag dann, das heißt mehr als eine ganze Woche im Urlaub und da kann ich natürlich keine Shop Videos machen und es werden auch fast gar keine Videos hier auf dem Kanal kommen danach kommen aber natürlich wieder ab dem Montag täglich Videos, aber nur dass ihr es wisst in der Zeit werden sehr sehr wahrscheinlich fast gar keine Videos kommen und wenn ihr natürlich trotzdem keine weiteren Videos mehr danach verpassen wollt, könnt ihr natürlich ein Abo da lassen und schreibt mir auch gerne Feedback in die Kommentare, würde mich auch freuen und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item Shop an und dort haben wir heute wieder die ganzen Sonnenangebote drin und eine neue Lackierung wir beginnen mal wieder ganz klassisch auf der linken Seite dort haben wir einmal die Scharlach Kommandantin und dann den Blutrote Elite Skin dann haben wir hier als nächstes die Sternstark Spitzhacke, die ewiger Nullpunkt Lackierung und dann den Unendlichkeits Skin, dann haben wir als nächstes den Complex Skin ist ein sehr sehr nice Skin, konnte man ja auch mal kostenlos in einem Cup bekommen indem man obere 10% glaube ich irgendwie in einem australischen Cup gekommen ist hier ist das Besondere, dass das Skin in der Nacht leuchtet ist allerdings wirklich überhaupt nicht stark wie der leuchtet also ist ein ganz ganz leichtes Leuchten und fällt eigentlich gar nicht auf dann haben wir dazu noch die Straßengladen Spitzhacke und dann die Farmflag Lackierung und dann noch den Exil Gleiter, der leuchtet auch in der Nacht dann haben wir hier als nächstes noch den Liebes Ranger Skin mit der Tattoo Hacke dann den dunklen Vorhutskin, dann die schwarz-violett Lackierung sieht sehr sehr nice aus, finde ich, ist auch reaktiv also wenn man schießt, dann leuchten die ganzen Leonröhren im Prinzip die hier so abgewildet sind immer etwas auf sieht auf jeden Fall sehr sehr cool aus dann haben wir noch eine gute Laune gegen ihn beruht dann als nächstes die Zündkerzen Künstlerin dann den Breakdance Emote und dann noch den Erderschütterer dann haben wir natürlich noch bei den ganzen Sonnenangeboten die selben Skins, die auch gestern drin waren einmal beginnt mit dem Nachtleben Skin hier ist das Besondere, dass sich das Muster ändert wenn Musik abgespielt wird dann haben wir als nächstes den Rio Grande Skin einmal mit und einmal ohne Kopfbedeckung dann haben wir noch den Deadfire Skin mit der Dunkelschwitter-Schwitzhacke bei beiden Skins ist es so, dass wenn man Schaden verursacht oder länger als andere Gegner lebt dass die dann anfängt zu leuchten dann haben wir als nächstes noch den Banditskin dann die Fiedibien als nächstes noch den Langhorn-Schwitzhacke dann noch den Grenzläufer-Skin einmal im Standardziel und einmal ohne Kopfbedeckung dann den Knie-Klatche-Mode und dann noch als letztes die Schwurenbeilschwitzhacke das war es dann auch schon mit dem heutigen Job-Video ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Video ciao